Hallo und herzlich willkommen zu Zvonk. Ich bin Isa und ich begrüße euch heute zu einer neuen Rezension und zwar zu Unreife Früchte von Violetta Gregg. Das Buch ist Anfang 2018 bei CH Beck erschienen. Das hier ist ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank nochmal dafür. Erschienen ist das im Hardcover und das Hardcover kostet neu 18,95 Euro. Die Ausgabe hat kein Lesebändchen, was ich etwas schade finde generell. Aber das Buch hat auch nur knapp über 140 Seiten, sodass ich es eigentlich ganz okay finde, wenn da jetzt kein Lesebändchen drin ist. Ansonsten ist es halt ein ganz normales Hardcover. Das Cover hat mich ziemlich angesprochen und als ich den Klappentext auf der Buchmesse gelesen habe, hat es mich umso mehr angesprochen. Denn es geht hier um das Polen der 1970er und 80er Jahre. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Und jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, warum interessiert mich das überhaupt? Ich habe eben Verwandte, die eben zu dieser Zeit dort aufgewachsen sind. Das Ganze spielt genauer genommen in Schlesien und ich fand es ganz spannend, eben eine Geschichte aus dieser Zeit an diesem Ort zu lesen und dachte mir, ich führe mir das mal zu Gemüte. Und heute möchte ich euch natürlich erzählen, wie mir das Ganze gefallen hat. Aber kommen wir erstmal etwas genauer zum Inhalt. Es handelt sich um einen autobiografischen Roman der Autorin. Also alles, was sie in diesem Buch verarbeitet, sind eben Erinnerungen aus ihrer Kindheit und ihrer Jugend. Wie gesagt, es ist eher ein Coming-of-Age-Roman. Er startet in der eher frühen Kindheit und wir begleiten unsere Protagonistin wie Joika, ich schätze mal ungefähr bis ins späte Teenager-Alter. Und wir erleben einige Episoden aus ihrem Leben, aus ihrer Kindheit, die aber in der Regel eher kurz sind. Also die Kapitel sind relativ knapp gehalten und wir springen zwischen den Kapiteln auch immer innerhalb von Monaten, teilweise auch innerhalb von Jahren, sodass wir hier auf dieser knappen Seitenzahl doch einen relativ großen Rundumschlag um das Aufwachsen eines Mädchens, einer jungen Frau bekommen. Die Geschichte startet damit, dass wie Joika erzählt, dass ihr Vater seit vor ihrer Geburt im Gefängnis saß und sie dann eben auch erst, als er ein paar Jahre alt war, überhaupt kennenlernte. Denn er war fahnenflüchtig. Zu der Zeit wurde das Kriegsrecht ausgerufen. Und ja, so kommt es, dass Joika ihren Vater erst später kennenlernt. Aber das soll der Beziehung zwischen Vater und Tochter keinen großen Abbruch tun. Und wir erfahren fortan so einiges, was in ihrer Familie passiert, was dort in diesem Dorf passiert. Und das ist auch schon mein erster Kritikpunkt. Wir kriegen insbesondere mit, was denn mit den ganzen anderen Leuten um Joika herum so ist. Also sie ist wie eine unbeteiligte Beobachterin in den meisten Fällen. Natürlich widerfahren ihr auch ein paar Dinge, aber sie stellt das Ganze doch eher nüchtern dar und fokussiert sich eher auf alles, was um sie herum passiert und eher weniger darauf, was in ihr drin passiert. So kommt es dann auch, dass das Ganze anfangs eine eher typische Szenerie einer Kindheit ist und nach und nach auch ein paar Eindrücke der Politik zu der Zeit in ihre Erzählungen einfließen. Aber alles in allem erfahren wir relativ wenig über Joika. Und das fand ich auch ein bisschen schade, denn es ist doch etwas seltsam, wenn man eine Geschichte aus der Ich-Perspektive präsentiert bekommt, aber doch so wenig über diese Person selbst erfährt. Ich habe das Gefühl, Joika ist die Person, die wir zum Schluss am schlechtesten von allen kennen. Die Darstellungen der anderen Personen mochte ich zum Großteil aber sehr, sehr gern. Es ist teilweise doch sehr herzerwärmend, teilweise aber auch schockierend, weil es auch ein bisschen darum geht, dass die Menschen dort doch sehr religiös sind und sehr vielen Bäuchentreu ergeben sind, nur um dann eben in der Hinterkammer doch ihr düsteres Geheimnis zu haben. Davon erfahren wir hier in der Geschichte auch einige. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass diese teilweise doch eher als Schocker eingesetzt wurden und eher weniger, um ein irgendwie repräsentatives Bild zu erzeugen, das fand ich ein bisschen schwierig. Und auch die Teile aus der Kindheit, die die Autorin hier darstellt, fand ich mal gut und mal etwas langweiliger gewählt. Alles in allem, fand ich, war es ein Buch, das einen nicht wirklich weiterbringt. Wir haben zwar eine ganz gute Darstellung des Umfeldes unserer Protagonistin, aber ich habe das Gefühl, dass doch wenig Atmosphäre aufkommt. Was definitiv rüberkommt, ist die Einstellung, dass man damals gar nicht mal so viel hatte in der Region, aber auf der anderen Seite auch nicht unbedingt unglücklich war oder schlecht durchs Leben kam. Es war im Endeffekt etwas, das die Leben dort zwar irgendwie gezeichnet hat, aber wir bekommen in diesem Buch eben auch mit, wie die Leute damit umgehen und wie sie versuchen, obwohl sie alle nicht reich sind, obwohl sie alle nicht viel haben, ihr Leben doch irgendwie erfüllt zu gestalten. Das fand ich sehr schön. Aber durch die Politik gibt es dann auch immer mal wieder Steine, die den Menschen in den Weg gelegt wurden. Und ja, also ich sehe das Ganze doch etwas gespalten. Es hat mir teilweise ziemlich gut gefallen, aber teilweise fand ich eben auch, dass das Buch einem beim Lesen nicht so richtig viel gegeben hat. Es war der zu lesen, der Schreibstil war auch ohne Frage völlig okay. Er hat auch sehr gut zu unserer Protagonistin gepasst und obwohl es ja autobiografisch ist und man somit das Ganze auch in einem immer gleichen Ton hätte lösen können, habe ich das Gefühl, dass die Sprache auch zu dem Alter der Protagonistin passt und dass die Eindrücke, die dort gewonnen wurden, ja halt auch wirklich realistisch und schön eingefangen wurden. Aber alles in allem finde ich, dass man durch diese Lebensjahre der Protagonistin so durchhetzt, weil das Buch so kurz ist, weil die Episoden so kurz sind und weil eben so eine große Zeitspanne abgebildet wird, dass man doch ein Problem hat, eine Nähe zu der Protagonistin zu finden. Das Problem hatte ich persönlich auf jeden Fall. Und ja, ich fand eben, dass das Buch an sich jetzt nichts fürchterlich Besonderes ist, aber vielleicht soll es das auch gar nicht sein. Insofern fiel es mir ein bisschen schwierig, das Buch zu bewerten und alles in allem habe ich dem Ganzen jetzt ungefähr drei Sterne gegeben. Ich finde, drei Sterne Bücher sind immer so ein bisschen schwierig, denn es sind Bücher, da bin ich jetzt nicht schrecklich traurig drum, dass ich sie gelesen habe, weil sie einem dann doch irgendwie einen Gewinn gebracht haben. Aber auf der anderen Seite ist es nun kein Buch, dass ich irgendwem ganz, ganz dringend ans Herz legen würde, einfach weil es dazu zu unbesonders ist. Und im Endeffekt wirbt es ja mit der Besonderheit, dass die Eindrücke eben aus dieser Region, aus dieser Zeit kommen. Und da hatte ich mir eben schon erhofft, dass da vielleicht doch das Besondere drin steckt. Aber das habe ich hier leider etwas vergeblich gesucht. Nichtsdestotrotz ist es ein netter autobiografischer Coming-of-Age-Roman, den ich schlussendlich ganz okay fand. Ja, nur vom Hocker gehauen hat es mich leider, leider nicht. Insgesamt finde ich, ist alles, was in dieser Geschichte passiert, doch relativ austauschbar, bis auf ein paar politische Aspekte. Aber weil diese eben auch nur am Rande auftreten, ja, hat mir da quasi die Würze in dem Buch gefehlt. Und ich habe vermisst, dass ich doch irgendein Alleinstellungsmerkmal darin finde, auch wenn ich es schon sehr besonders finde, ein Buch aus dieser Region in deutscher Sprache zu lesen. Also von daher will ich mich nicht zu doll beschweren. Aber ja, alles in allem war das leider etwas mauer, als ich es mir erhofft habe. Ja, und mit diesen Eindrücken schließe ich das Ganze, glaube ich, ab. Ich hoffe, die Rezension war für euch interessant. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls dem so ist, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!